Ich bin ja nicht neugierig, ne? Ihr wisst das. Ja, ich will es nur wissen. Sonnenhöhe, Karotte, Zauberdrang der kleinen Heilung. Das kannst du behalten. Dort nehme ich mit. Das kannst du auch behalten. Gut, fressen klaue ich ihm jetzt mal nicht. So. Wollte ja nichts sagen, Lydia, aber der hat dir gerade den Arsch gepickt. Und dann darf nur ich. Hä? Also natürlich nur aus Versehen. Abenteuer-Tagebuch. Diese Karawanenangriffe haben etwas Beunruhigendes an sich. Ich hatte Banditen erwartet. Aber die Überreste, die wir gesehen haben, waren buchstäblich zerrissen. Alle Gliedmaßen abgerissen. Doch kein Tier allein könnte einen Angriff auf einen ausgewachsenen Kaufmannszug koordinieren. Und Wölfe nehmen keine Gefangenen. Wir haben eine Spur gefunden, die in die Berge führt. Wir werden hier für die Nacht unser Lager aufschlagen und bei Sonnenaufgang aufbrechen. Wer oder was auch immer diese Leute umgebracht hat. Wir werden dafür sorgen, dass das nie wieder geschieht. Ja. Der Popo-Pieker ja nur aus Versehen. Natürlich. Wenn sie mir wieder meinen, vor die Pinte laufen zu müssen. Dann kann sie, könnte er behalten. Ich glaube, die sind hier ausgeflogen. Komm mal, sag mal Bambam. Wie oft muss ich dir noch sagen, das ist ein Multifunktionsdrucker und kein Bambam-Spielplatz. Nur mal kurz gucken. Vielleicht ist es teuer, was? Ich glaube, da ist nichts. Naja. Hallo, wo hänge ich denn hier? Dankeschön. Wo rängst du denn hin? Von da müssen wir lang. Sollte ich mal wieder speichern, ne? Der Pämmermann, das kommt davon. Jetzt hat Frau zugemacht. Arme, das hat die Hü. Was ist hier los? Rotwardone, Händlertagebuch. Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 1. Karotte, Zaubertrank der starken Heilung. Stiefel, Kupfer, Diadem mit Rubin. Ach, dir kann ich nicht einsacken oder was? Was ist hier los? Ah, das ist ein komischer Reiter hier. Ja. Ein, dir wird die Genüch. Hallo, Füchsle. Der sieht aber cool aus hier. Brachenbrücke. Was ist denn doch? Ja, 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 ja. Irgendwann gucken wir auch nach der komischen Dämmerwacht. Und Ent mag Fisch. Ich mag auch Fisch, bis zur ersten Kretel. Moment mal kurz, bitte. Und Dragoat70, vielen Dank für den Follow. Willkommen im Traumland. Freut mich, dass du dich entschieden hast, ein Träumer zu werden. Und Bambam ist voll die Nervensäge. Oh, was ist da? Wir konnten ihn leider nicht mehr retten. Wackel. Unsterbliches Blut. Zaubertrank der kleinen Heilung. Krankenheilung. Uh. Lassen Sie mal mit. Amulett von Ständer. Das kannst du dir behalten. Rechter von Ständer. Fackel. Gold. Krankheitsheilung. Blutiger Vampir. Gut, hat der Vampir was gemacht? Dann muss man ihn doch nicht gleich so abschlachten. Vampirstaub. Rüstung. Halskette des Schlossknackens. Orkische Kriegsachs. Die ist ein bisschen was wert. Und Ende ist mal weg bis in eine Stunde. Alles klar. Dann bin ich später. Ist ja doch immer doof. Man kann halt nicht immer gucken, ne? Vorher. Könnte man eigentlich schon, aber ich hab's nicht gemacht. Hier gibt's nix. Wo müssen wir denn? Wir müssen... Äh... Lass mal gucken in der Mappe. Wir müssen da hoch. Wie ist das denn die Frage? Vermute mal irgendwie so rüber geht den Weg? Vermute tatsächlich aber eher, wir müssen da hoch, oder? Tempel von Kilreis. Oh. Komm, Lydia, wir gehen mal zurück. Guck, wir nehmen mal den anderen Weg. Bin da mal gespannt, ob das irgendwann Konsequenzen für uns hat? Wenn ich ja immer wild Leute abschlachte, aber das hat eigentlich keiner gesehen, oder? Ah, hier sind wir wieder. Nein, Lüder, da gehen wir nicht hin. Das hat uns gestern mal richtig geärgert. Also streamen gestern. Oh, wir gehen mal weg. Lüder, ja. Alles schick. Da ist der Weg. Können doch, die Herren, was ist hier los? Ja? Oh, schon wieder. Würde, ja. Oh, wir gehen. Ja. Tja, junger Vampir. Was hast du jetzt davon? Vampirstaub, Sauberdrang. Ich nehme die Teile mit, weil die sind tatsächlich gut was wert. Ja, noch Gold dabei. Da. Wächter von Sender haben sie schon nackig gemacht. So, die zwei. Und hier. Gold, Granatenstein, Vampirstaub. Ey, ich bin schon fast voll, wenn ich da ankomme. Sauberdrang der Tarnung. So, noch ein junger Vampir. Speichern. Wohl! Schneebeeren. Bin aber gespannt jetzt. Ich bin jetzt schon fast voll. Oh! Okay. Rundumbarren. So, äh, die haben sehr viel ausgehalten. Na, den wollte ich nicht. Amulett von die Bella. Dann speichern wir. So, hier muss man ja nicht A drücken. Mal gucken. Oh, was? Ja, was? Ja, was? repairing ... sho ... ... ... ... ... ... Und darf wo geht denn hier ab? Hier vielleicht irgendwo ein bisschen Erz oder so, schauen wir nicht. Losenpilz. Oh. Oh. Geht's hier irgendwo hin? Oh, keine Ahnung. Hey, warum lebt denn der da hinten wieder? Wow. Oh. Alter, bleibt doch mal stehen jetzt, du Sack. Nur ein Kratzer. Alter, was kennt denn der aus? Was ist denn da unten? Ach, da ist er. Oh. Oh. Komm raus. Rauchen. Au. Oh. Okay, schnitt. Alter, der hebt aber viele aus, hä? Oh, ne? Ah, weiter. So kann man mal Schießkunstmittel leveln. Ich meine Lydia, könntest du mal den Bogen rausholen oder was? Oh. Mann, hat der jetzt aber, ne? Ich sag mal, Lydia, hast du keinen Bogen mehr oder was? Oh, hat er doch. So, jetzt muss ich erst mal finden. Und ich wollte nicht den Weg hier rüber, weil da liegt doch noch ne Leiche hier irgendwo. War ja nicht ne Leiche. Ja, hier sind wir. Ja, dann hab ich doch hier... Wo sind die Leichen? Wurde die wiederbelebt oder was? Oh, Lydia. Voll. Das Klum kann ich defalten. So. Wollte ich nicht. Goldpfeile. Weißkappe, winziger Seelenstein, Totenbeschwörer. Können wir mal gucken, ob er da irgendwie... Ja, doch, da sicher wieder irgendwas, wo man dann gleich magische Sachen lernen können. Magisches Leichentuch. Totenbeschwörer, Robe. War gar nichts wert. Oh, die haben hier wohl das Aufgelage gemacht. Ziemlich toll ist das Aufgelage. 23 Gold. Äh... Weichern. So, 13 Gold. Robe der Geringen. Abgeschworenen Pfeile. Alter, geht's so weit runter. Hier kamen wir. Hier kamen wir. Wolfsschädelruinen. Himmelsrand. Okay, so ganz reinig ist das hier noch nicht. Müssen wir mal gucken. Was denn? Na ja, oh, der Schmalex. So, wie's da runter geht. So, wir können jetzt hier mal... So, wir nehmen mal einen einfachen Weg. Es gibt sicher einen anderen Weg auch, aber den ralle ich irgendwie noch nicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Die kommt auch so. Wir speichern mal unter dem Neuen, vorsichtshalber. Na, aktuell noch nicht. Oh, das war sogar so richtig. Kann auch sein. Kann auch sein. Ich dachte, hier gibt's halt einen normalen Weg runter, aber scheinbar nicht, oder? Und Schmalex, wie war dein Tag so? Na ja, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Außer, dass mein Nals ein bisschen, äh, ja. Oh. Manchmal nur One-Way. Äh, ist das wieder so ein Ding wie gestern? Du hast gepennt bis gerade eben. Sportlich, sportlich. Sportlich. Was? Und das hier für ne Pfütze? Okay, was macht der da hinten, ne? Hm. Öl, hochexplosiv. Oh, schön. Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbein. Was? Wir rufen euch herbein, Potema. Warte. Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbein. Wir rufen euch herbein, Potema. Bin ja mal gespannt, ja? Ist da jemand? Allüdiah. Wo ist er denn? Oh, oh. Easy. Volle des Schneesturms. Ist nix wert. Gold, Knochenwähl, Pfeil. Dann die Lumpen ganz debalgen. So. Ganz sachte, vorsichtig. Sachte er und sie sprang einfach runter. Seht ihr eigentlich noch was? Und, Shinryasu, Hallöchen auch dir. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, ihr seht noch was. Sollte sich aber eigentlich gut aussehen. Oh. Au, Lüdiah. So, sag aber eigentlich. Warum? Darum. Ich hab nur noch einen mächtigen. Gold. noch gut. Oh, wieso noch? Alles sichtbar. Das freut mich. Ich speichere mal. Leichte Anfälligkeit für Blitz. Und ab und an. Einmal ein bisschen warten. Wo bist du? Hallo? Du wirst das nicht! Komm, hau'n drauf. Hau'n weg. Das Ding, der Zeug hat nix wertes. Sag mal, der lebt ja immer noch. So, so macht man das, Lydia. Geschmeidiger alter Nordbogen. Schaden 24. Uh, den nehmen wir mit. Abgeschworenen Pfeil. So. Haben wir ja den Satzbogen. Oh, Lydia. Ja, das finde ich schön. Ja, nicht so viel reden, mehr tragen. So, die gehen wir hier mal den Pfeil machen. Den machen wir mal so. Den kriegt sie. Den machen wir auch mal so. Kriegt sie den auch und den auch und 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 und. Dann machen wir hier weiter. So, irgendwo hat die hier nämlich Stahlrüstung. Die ist nämlich was wert. So, Toten. Magiker regeneriert sich. Ich hab erst mal wieder 100 Platz. Dann mal los. So. Weiter geht's. Weiß denn das Ding überhaupt, wo wir hier drin sind? Ich hab schon wieder vergessen. Irgendwas mit Wolfs, oder? Würde auch Sinn machen. Die beschwören ja scheinbar irgendein Wolf. Natürlich komm ich da wieder nicht hoch. Und hier rüber vielleicht. Ah, Momentos. Aber hier. Aha. Wieder nur mal gucken. Da komm ich nicht hoch. Ja, ja, bringt mich zurück in dieses Reich. Wie unsere Worte euch hofen, bindet euch das Blut der unschuldigen Wolfskönigin. Mitmacht. Ganz kurz speichern. Ja, 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 ihr könnt jetzt. Ich krieg das heute noch hin. Bei Run-Factory 4 habe ich mittlerweile auch schon 140 Stunden. Was? Was tut ihr da, ihr dummen Köpfe? Ihr könnt mich nicht eurem Willen unterwerfen. Mit Freunden gerufen. Durch Blut gewonnen. Ihr Ameisen habt mich, die machen mich zu finden. Ah, wo sind denn die? Juhu. Hallo, hallo. Glaub ich war der falsche Weg, hä? So, wir gehen jetzt erst mal leveln. So. Magica. So. Punkt der Himmel uns auf. Warte mal, habe ich das Gefühl, wir müssen gleich gegen diese Top-Po-Po-T-Po-T-Dingsbumster kämpfen. Nur so eine Vermutung. Oh. Ich geh da mal drauf. Und. Ah, die können die wieder aufheben. Und wenn derjenige dann stirbt, dann fällt der auch wieder zusammen. Okay. Und. Wäre gleich wieder so fällen, hä? So, frisch aus dem Lerk und bereit zu helfen. Alle klar, nochmal aktuell brauche ich keine Hilfe. Hier stimmt etwas nicht. Es gibt einen Eindringling. Was, wo? Sagt mir, wo der ist, ich mache ihn kaputt. Da muss ich wieder nix mehr. Wo hänge ich denn da? Knoppeil, Bogen. Nein, so, wo bin ich denn? Hey! Schmetterlingsflügel, Pfeile. So. Hast du jetzt wieder was drin? Ich konnte mich ja nicht reden. Sprich mit Wald. So, wo ist denn die jetzt? Hey, das waren doch gerade mehrere. Lesen, die Flüchtlinge. Erst zuständig. Ich konnte mit dir nicht reden. Ich habe A gedrückt. Die Flüchtlinge von Gero Salbräuch. Nehmen wir mit. Ich habe mir was angedrückt. Da kam nix. Oh, was haben wir denn hier? Gold, Wunderdrang, Zwergenkriegsachst. Die nehmen wir mit. Wahrscheinlich habe ich dir jetzt voll den Loot sausen lassen, aber egal. Das sollte ja auch nur ein Witz sein. Ne, ne, so kann ja sein. Bei anderen läuft das Spiel ja auf der Switch 200 Stunden lang ohne Absturz. Ich hatte in 45 Stunden schon drei Abstürze. Wolfsschädelhöhle. Ah, Wolfsschädel hieß das Ding. Jetzt habe ich es wieder. Ich wusste doch, irgendwas mit Wolf. Weichern. So. Himmel ist ran. Ich bin der Geist. Amın. Er ist ein Licht.